Der Reich ist vorbei. Ja, sauber. Und tschüss. Was muss ich denn hier tun? Okay, hier die Infizierten töten und hier ist der Notfallgenerator Nummer 1. Da steht er! Hm, das Teil, ja genau. Oh, der war zu schnell. Ich dachte, ich könnte auch kommentieren, wie er es einbaut und dann war er schon fertig. Oh, da ist noch einer. Oh, ein bisschen juckt das ja gar nicht, der ist stark. Aber nützt alles nichts. So, nächster Bereich. Ich gehe mal nach oben. Oh, geil. Alle infiziert und ich glaube, der Kopf wäre so, wie die aussehen. Voll Automatik. Large. Ebene 2 in der Ecke. Achso, ich sehe es schon. Da hinten in der Ecke ist er. Und Zeit für ein bisschen... Area Damage. Ich würde sagen, er gefällt mir besser. Matsch. Haut er einfach ab. Komm, reparier mal schön. In der Zeit kann er wegbämmen. Und hoch zur nächsten Ebene. Ich glaube, hier auf die... Ne, ist nur das Einzige. Einfach nach oben. Hi. Okay, wo ist der Generator? Da ist auf jeden Fall schon mal Schrott in der Ecke. Ich denke aber mal zu low zum Leveln. Yo. Bronzium. Oh, ich habe eine Idee. Ach ne, den Eric lasse ich nochmal hier. Ich hätte ihn jetzt noch eine Waffe bauen lassen. Da fällt ein, die eine Waffe, die ich da letzten Part gebaut habe. Oder diese Part. Oh, jetzt geht es wieder ab. Die kann ich nochmal bauen. Ach, da hinten. Genau mittig rein. Dann treffe ich alle. Klatsch. Zum Glück sind die nicht so heftig wie in der anderen Welt, wo ich vorher war. Dass dann immer so ein Scanner runterkommt und dann, ja, jetzt Töte 45. Und dann, ja, jetzt Töte 145. So, was braucht man denn noch? Oh, such das Rackghoul-Serum. Oh, ich habe Viecher gehört. Ach, da hinten. Guck mal. Vermächtnis des Todes. Und da ist ordentlich wieder was los in dem Gebäude. Nur mal eben warten. 7 Sekunden. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Was haben wir denn eigentlich noch für Fertigkeiten? Wo sind sie denn? Gibt es hier noch was zum Lernen? Ich glaube nicht. Nö. Manchmal vergesse ich das ja ganz gerne zum Lehrer zu latschen. Aber anscheinend gehe ich es mal nicht. Genau, Eric. Lass dir Zeit. Matsch. Achso, schon tot. Taris-Auszeichnung? Ja. Den Helder hat es zwar noch gar nicht gefunden, aber egal. Oh. Sie quälen sich. Okay, da hinten wird er raus. Und mal sehen, wo das nächste ist. Gut, da kann ich die Quest abgeben. Jetzt könnte ich da unten oder... Ich würde sagen, Ender Spire. Ich finde jetzt gerade am interessantesten. Oh. Wow. Und einer wartet schon. Ach ne, der ist schon tot. Verbuggt. Ja, das Spiel befindet sich im Grunde noch in den Kinderschuhen, in der Aufbaufase. Ich habe jetzt letztens eine Mail bekommen, so von wegen, was man besser machen kann und was einen stört, wie auch immer. Also, die arbeiten auf jeden Fall immer weiter dran. Und mal sehen, was das noch gibt. Man kann nur besser werden. Da will ich Ihnen nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich finde es eigentlich sogar sehr gut. Oh. Ziel neutralisiert. Genau, er rollt sich da ab. Er rollt sich auf der Stelle ab. Oh, kommt mir bekannt vor. Hier war ich doch schon. Geil. Besiege Piratendiebe. Zwei von zwölf. Teil eins. Okay, das ist ja so eine Quest, wo dann Teil eins, zwei und drei wahrscheinlich kommt. Piratenwachmann. Geht sogar, obwohl die dahinter standen. Hau doch. Ach so. Kein Ziel. Haben die jetzt gezählt? Nö. Toll. Oh. Ferrazit Schmarotzer. Oh, hängen geblieben. Das ist ein Wachmann. Der Diebe soll ich töten. Das war wieder so nichts. Wow. Crit. Ja, sauber. Schild umsonst angemacht. Mein Reaktiv. Wie heißt das? Ein Reaktivschild. War richtig. Und jetzt hier irgendwo rein. Moment. Wo haben wir es? Oder da oben? Ne, hier ist es doch schon richtig. Einfach hier weiter geradeaus. Na toll, oder? Und nicht. Anschauen muss ich da doch hoch. Komme ich denn da hoch? Und lauf doch mal schneller. Oh, da kommt man doch so gar nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite ist da ein Eingang. Mal sehen. So um dieser Ecke hier rum so. Ja, da kommt man rein. Und hier ist sogar ein... Ein Bronzium-Stück. Da hinten auch. Ne, Aluminium. Ich nehme alles. Da unten anscheinend. Ja, sehr gut. Schön. Piraten-Ausplünderer. Da hinten ist immer Aluminium. Bringt mir so alles nichts, weil... Ich habe das öfter immer meine Chars zum Sammeln geschickt. Und zum Craften. Oh, jetzt bin ich in der Turmfallfestung. Oh, wieder ein Starker. Oh, ein Schuss. Aber erst mal eine Plasma-Granate. Brennt hier so alles? Bäm. Sind es zwar nur zwei. Oh, was habe ich gekriegt? Cool. Einfach aufgenommen, nichts gesehen. Bringt mir das was? Nein. Ausdauer und Willenskraft. Nix. Brauche ich nicht. So, anscheinend nach links abbiegen. Und dort den Pfad weiter folgen. Vollautomatik. Lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Doch, lohnt sich. Alles klar. Und jetzt weiter so darunter. Mal zwischendurch ruckelt das aber ganz schön. Aber ich glaube, das liegt am Aufnahmegedöns hier. Weiß zwar nicht warum, sonst ruckelt das nicht. Oh. Piraten-Tüftler. Achso, ja klar, der ist stark. Stark ist der. Und jetzt mal sehen, wo muss ich hier her? Die Richtung ist schon mal gut. Und da hinten rechts um die Ecke. Oh, suche Leute für den Fall der Heuschrecke. Den habe ich auch. Mal gucken, wo das jetzt gerade mal ist auf der Map. Taris. Hm, bestimmt eine andere Karte. Toll. Na egal, andermal. Oh, oh. Ne, war doch nur der Generator oder sowas. Oh, nur noch den Gang hier. Einmal links, einmal rechts. Und dann bin ich auch schon da. Wobei die Architektur immer leicht übertrieben ist. Super hohe Räume für... ...super kleine Menschen. Ah ja, ich könnte den Eric mal ein Geschenk geben. Fällt mir gerade ein. Was habe ich denn hier? Imperiales Geschichtsholo. Und? Danke, aber... ...nicht mein Ding. Oh, verdammt. Mein Serum. Ihr habt euch die falsche Krankenstation zum Ausrauben ausgesucht. Hohlkopf. Durch die Tür kommen gleich 200 Todeskralle-Piraten. Sauber. Das macht mir nichts aus. Wartet, ähm... ...als ich das mit dem Ausrauben sagte, da... ...da meinte ich, dass wir nicht viel Geld haben. Das ist wahr. Die meisten unserer Leute sind von der Rackgul-Seuche befallen. Wenn ich ihnen nicht ihr Serum gebe, sind wir nur noch von Schuppenpanzern und Krallen umgeben. Ich hatte gehört, dass ihr etwas gefunden habt. Ich brauche es. Gibt's mehr. Ja, wir haben es benutzt, um... Was? Nein, das... Das könnt ihr nicht machen. Diese Leute sind infiziert. Wenn ihr mir das Serum wegnehmt, werden sich diese Leute verwandeln. Wisst ihr, was das heißt? Ja. Ich werde sie alle erschießen müssen, sonst fressen sie meine Leber. Aber ich brauche es doch. Ihr seid doch Arzt. Synthetisiert eben Neues. Womit denn? Mit einem akademischen Grad von Trandosha? Mit hochmoderner Technik? Ich habe nur, was wir finden, und wir finden nicht viel. Der einzige Ort, wo noch etwas sein könnte, sind die Ruinen vom Dynamitgrund. Das war so eine Art Rackgul-Stadt. Wenn ihr das Serum wollt, holt es euch dort. Aber lasst uns in Ruhe. Ach Mann, jetzt muss ich da irgendwo hin. Das ist besser keine Zeitverschwendung. Es ist dort. Ich schwöre es bei meiner ärztlichen Zulassung. Bei der echten. Oh, anscheinend hat er zwei. Jetzt ist man hier komplett reingelatscht, um dann zu hören, so, ja, das ist ganz woanders. Oder nimmt es uns nicht weg. Ja, manchmal ist es lästig, gut zu sein. Jetzt kann ich wieder rausrennen. Toll. Penis. Ah, der andere, der da gerade rumlief, erklärt auch, warum hier gerade keiner mehr war. Oder weniger waren. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Oder ist der noch da hinten drin? Keine Ahnung. Na gut, ich gehe jetzt erstmal hier raus. Da ist er. Ach Mensch, da komme ich nicht ran vor. Oh, Elite. Ein Piratenbeutemeister. Okay, schön am Rand entlang. Da hinten ist er wieder. Der Shijou. Oder wie man das auch immer ausspricht. Los, hol sie dir. Sauber. Voll der Arsch, jetzt werde ich durchrennen. Oh Mist, da sind zwei. Da sind zwei. Löserhagel. Ja genau, der andere wird gar nicht getroffen. Aber damit... Ja genau. Der fliegt da mal eben hin. Tschüss. Gehe rechts um die Ecke rum. Oh, Sauber hat geklappt. Oh oh. Ah, er hat sich getarnt, die Sau. Oh cool, er hilft. Und noch ein Strich auf meiner Liste. Krass, danke schön. Dome of York. Oh. Ach cool, er will gar nicht zu mir. Der will zu den Machtzwergen. Ich hab mir jetzt da.